Hanna, ich bin in der Stadt, ich bin im Frühstück, das sind zwei Stunden hier. Zwei Stunden? In der Gestern schon gesagt, in zwölfer gibt es Essen. Ja, wir haben heute den Elfer in Zug verpasst und der nächste Foto hat erst den Ohrens. Nächste muss ich jetzt hier früh sein. Hanna, wenn bist du da? Es gibt gleich Essen. Ich bin gerade noch bei einer Freundin, aber ich bin so circa in zehn Minuten da.